Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Aliens Tag. Die sind ja, vorhin ist mir der Stream einfach so abgestürzt. Ich weiß nicht warum. Angeblich halt Internet war kurz weg. Aber naja, was wollen wir machen? Ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet mit der Rettung von Cassandra. Ungefähr eine halbe Stunde. Hier habe ich ungefähr ein bisschen schon mal was vorgearbeitet. Und ich bin jetzt dabei, den Rest zu erledigen. Ich habe noch keine Pause eingelegt mit den Jungs. Ich bin dann überlegen, wie mache ich das jetzt am besten? Oh, ist das Alien? Hör auf, you slugs! Boah, da kommen schon die drei. Ja, mach mal einen Bezug. Okay. Ich bin mal hier hin. Ich weiß nicht, wo das Alien ist. Gut, die Wand kann ich aufsprengen. Das würde mich, äh, was würde mir das bringen? Oh, das ist das Alien. Darauf habe ich gewartet. Ich habe dich in meinen Augen. Oh ja, nicht mit mir. Komm schon, Team. Copy. Planeten C4. Schnell das mal weg hier. So, ich habe auf jeden Fall einen Durchgang freigemacht. Kann ich nicht anvisieren? Ah, der Scharfschütze steht falsch. Aber das ist gut. Bad, ich kann gehen. So, ich warte erst mal. Ich möchte jetzt nicht den Kampf-Skanner nutzen, um halt, ich sag mal schnell, äh... Komm schon, Leute, ihr wisst, was wir dafür gekommen sind. Wir müssen hier gucken, wo das Alien ist. Komm schon, Team. Move, move, move! Safe Position taken. Okay. So. Got you in my sights. Oh, da ist das Alien. Perfekt. Das will ich weghaben. Tango down. Ah, okay. Hier ist eine Waffenkammer. Copy. Let's see, what's inside. Mit einem Automatikgeschütz. So, sonst ist hier... Okay, hier ist noch ein Werkzeug, was ich gebrauchen kann. Ich werde hier mal einen Scanner noch einsetzen. Deploying Motion Tracker. Setting up Motion Tracker. Motion Tracker deployed. Die Frage. Requesting Area Motion Scanner. Da oben hockt einer. Das ist aber keiner. Oh, gut, ich kann weiter. Uh, da ist das Alien. Safe Position taken. Grown spotted. Die Drohne kann ich so nicht anwesend. Okay. Schläferhaut. Oh, hey. It didn't see us. Hier sind Schläfer. Hier sind jede Menge Schläfers. Safe Position taken. Ist das so nicht anwesend. Okay. Shit! They know we're here. Who else wants some? Okay. Ich würde jetzt gerne einfach nur weglocken von mir. So in der Zwischenzeit. Ist hier noch was? Ah, wurde ich gesehen? Okay. 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 Ah, ein verdammter Runner. Okay. Ah, verdammt. Ich bin hier. Ich bin jetzt an der Waffenkammer. Ah, das ist ein verdammter Runner. Okay. 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 Ich glaube, wir haben sie verloren. Okay. 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 So schnell von den Gym fern. Okay. 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 Ich habe vier Autokanonen dabei gehabt. Einen habe ich gefunden. Ja. Drei hätten auch gereicht schon. Aber gut. Aber gut. Man weiß ja nie. So. Okay. Die Tür finden da hinten hin. Okay. Okay. Hier hätte ich was aufspringen können. Na, ein Werkzeug hätte ich gerne gerne. Es ist quiet. Eine Bewegungsmelder mal eben platzieren. Deploying Motion Tracker. Set in a Motion Tracker. Motion Tracker deployed. So. Move on. Quiet. It didn't see us. Äh. Zack. Okay. Ah. Hey, der Typ läuft an mir vorbei. Unfassbar. Shhh. Here's one. Got you in my sights. So. Right now. Let's see what's inside. Is there sonst noch was? Ah, hier ist nur ein Ausgangsloch. Äh. Ekelhaft. So. Ah. Da ist ein Schläfer. Wie komme ich mit denen am besten vorbei? Oh, da ist noch ein Schläfer. Vielleicht sollten wir gehen. Okay, wir haben zwei Schläfer. Der eine sitzt da. An dem weiß ich nicht, wie ich vorbeikomme. Und an den Sunny-Kasten... Ja, okay, da müsste ich hier die Wand... Ah, okay, die Tür ist erstmal zu. Ha. Ja. Es ist ruhig. Es ist ruhig. Es ist ruhig. Geh auf! Klick ich nicht. Ich habe dich in meinen Augen. Tango runter! So, weg mit dir. Ah, das Alien steht einem... Oder liegt ein bisschen ungünstig. Krieg ich auch so nicht. Ich spüre, die Schlüsse! Jetzt. Ich zeige, was ist da drin. Warte, da ist ein... Druck und spüren. Okay. Okay. Schaffe ich das? So, einmal hier. Da. Raus. Einfach nur raus hier. So. Hier geht's da weiter. Nach unten. Okay, das ist sehr gut dahin. Ja, dann bin ich erst mal soweit fertig in dem Bereich. Komm schon, Team! Sicherheitsposition erzielt! So, äh... Ja, einmal den Kampf-Scanner brauche ich, oder? Request an Aerial-Motion-Scanner! Okay, das erst mal... Das ist hier erst mal interessant. Liege ich erst mal links rum. Ach, hier. Da... Da ist der Schläfer. Ich glaube, ich habe den Kampf-Scanner hier aus. Got you in my sights. Tango down! So. Okay, zweimal Munition. Ah, kann man gut brauchen. Okay, ich komme. Ich sollte eigentlich hier... Stay frosty! Nee. Okay... Okay... Wahrscheinlich sollten wir über einen ganz anderen Weg gehen. Komm schon Leute, ihr wisst, was wir hierher gekommen sind. Geh auf! Äh, lass dich jetzt mal liegen. Was ich machen kann, wie immer ein Bewegungsmelder setzen. So. Okay, Barrikade weg sprengen. On my way. Planet C-4. They're coming! Kill the power! Bury them alive! Check your corner squad, no lights, no motion tracker. Could get real exciting, real fast. Wait a minute. There has to be a standby generator on your level. Explore the area through that gallery, right in front of you. Okay. Ah, gut zu wissen. Come on team. Safe position taken. Hurry up you slugs! Okay, Sackkasse. Ah, okay, verstehe. Yeah. Perhaps you should get moving. Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. Motion tracker deployed. Move on! 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 Let's see what's inside. Dafür brauche ich hier, äh, muss ich zweimal zuschweißen. Ne, das ist mit so kosten spielig. Deins Lucius check. Come on team. Got you in my sight. Oh yeah, don't mess with me. Bring them to Marlow! Light him up! so move move quiet it didn't see us right now let's see what's inside okay das auf jeden fall ein alien suck das bewegung das was aufgetaucht come on team roger so let's see what's inside so jetzt erstmal den generator suchen okay wenn der hier schon mal nicht ist dann muss der irgendwo hier oben sein okay das ist einfach zum aufspringen ne das will ich nicht come on team okay das ist ein ausgangsloch hmm on it planting mine watch your feet hurry up squad so von alien mine's activated got you in my sights oh yeah don't mess with me okay okay ach ja okay ich ich bin an überlegen ob ich doch die äh lieber nicht die wand aufsprengen soll quiet they didn't see us shit they know we're here kill that bastard oh yeah don't mess with me now that's what i'm talking about bring them to marlo a glorious death hurry up you slugs so safe position taken mine got ripped okay got you in my sights gloria gloria on my way let's see what's inside so was haben hier noch nur materialien ok das noch ein ausgangsloch uh move on careful people stress kills you just as well as a bullet shh listen i think we're good okay safe position taken okay deploying motion tracker motion tracker deployed got you in my sights you like that huh that's it that's the standby generator try to reactivate it okay noch ein automatik geschütz okay noch ein automatik geschütz äh affirmative generator access im terminal ah und ich könnte hier auch noch eine pause machen jetzt mal warten bis das licht angeht ja okay okay drohn macht das von hier aus haha so einmal pause machen Ah, okay. Verschwörer minus 10, Basis 100. Verschwörer minus 10, ermutige Rede plus 50. 140 Stresspits erstmal abgebaut. Was jetzt? Finde ich schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Was erwartet du für? Frühstück im Bett? So. Okay, hier ist noch eine Sanitasche. Ne, die brauche ich nicht. Materialien? Will ich die haben? Eigentlich bin ich hier durch. Ich könnte da noch ein bisschen was erkunden, aber... Will ich das? Möchte ich das? Das ist halt die Frage. Ist hier was? Okay, ne, da hocken da die Leute. Was sollte ich denn davon da schaffen? Okay, das Sunny-Kästen brauche ich erstmal nicht. Okay, da ist noch eine, äh, äh, noch eine kleine Kammer. Ja, die ich noch nicht erkundet habe. Ja, ist so dieser typische Erkundungsdrang doch so. Ah, was kann ich noch mitnehmen und was nicht? Gehe ich doch lieber weiter? Oder... Ja, das ist schon... Okay, da ist noch ein paar Minuten.